In diesem Tutorial werden wir uns im Rahmen der Binomialverteilung die sogenannten Bernoulli-Experimente bzw. die Bernoulli-Formel anschauen. Als erstes, zu der Problematik. Da es in der Wahrscheinlichkeitsrechnung mehrere Verteilungen gibt, damit meine ich mehr als nur die Binomialverteilung, muss man der Lage sein zu erkennen, wann es sich um ein Bernoulli-Experiment bzw. um eine Binomialverteilung handelt. Als erstes Merkmal nehmen wir die Tatsache, dass es bei den Binomialverteilungen nur zwei Ausgänge gibt, sogenannten Treffer bzw. Nicht-Treffer. Das kleines Beispiel, bei der Münze kann man sich das ganz einfach vorstellen, es gibt nur Kopf vor der Zahl. Ein bisschen komplexer wird es bei den Würfeln und zwar abhängig von der Aufgabenstellung kann der Würfel binomialverteilt sein oder nicht, beispielsweise. Wenn jetzt alle sechs Augenzahlen betrachtet werden, dann ist natürlich das Experiment nicht binomialverteilt. Wenn man allerdings nur die Augenzahl 3 betrachtet oder keine 3, dann ist das Experiment wieder binomialverteilt. Ein zweites sehr wichtiges Merkmal ist die Tatsache, dass die Trefferwahrscheinlichkeit immer konstant ist. Wir erinnern uns, in solchen Fällen handelt es sich eigentlich nur um Ziehung mit zurücklegen. Und ein letztes, ein bisschen schwieriger zu erkennendes Merkmal wäre die Tatsache, dass bei den Bernoulli-Experimenten die Reihenfolge keine Rolle spielt. Um das genauer zu verstehen, schauen wir uns rechts folgende Abbildungen an. Wir gehen davon aus, dass wir den oben bereits genannten Würfel dreimal werfen und wir interessieren uns dafür, dass genau einmal die Augenzahl 3 auftaucht. So wie abgebildet kann die 3 an erster Stelle oder beim ersten Wurf, beim zweiten oder beim dritten auftauchen. Hauptsache einmal die 3. In diesem Fall ist das Ganze binomialverteilt oder ein Bernoulli-Experiment. Wenn man die Fragestellung allerdings ein bisschen anders formuliert, und zwar wie folgt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass nur beim ersten Wurf eine 3 auftaut, dann definiert man indirekt eine Reihenfolge, also ist das Experiment nicht mehr binomialverteilt. Das Mittel, mit dem man Bernoulli-Experimente löst, heißt natürlich Bernoulli-Formel. Wenn man mit dieser Formel nicht so geübt ist, sieht sie beim ersten Mal vielleicht ein bisschen unangenehm aus. Allerdings ist es eine sehr einfache Formel. Die weist nur drei Hauptmerkmale. Also wir haben drei Parameter, n, k und p. Wenn man in der Lage ist, dieser Parameter in der Aufgabenstellung zu erkennen, beziehungsweise die passenden Zahlen einzusetzen, steckt eigentlich kein Problem dahinter. Deswegen schauen wir uns die Bedeutung dieser Parameter ein bisschen näher an. Als erstes, n ist die Anzahl der Versuche. Damit ist gemeint, wenn wir eine Münze siebenmal werfen, dann ist n gleich sieben. Wenn wir mit einem Bogen auf eine Zielscheibe schießen, und zwar zwanzigmal, dann ist n entsprechend 20 und so weiter. Offiziell heißt es Stichprobenumfang oder auch Kettenlänge genannt. k ist die Anzahl der Treffer. Zum Beispiel, bei der Münze, die wir jetzt siebenmal werfen, interessiert uns die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau dreimal Kopf erwischen. Diese drei ist natürlich die Anzahl der Treffer. Und zuletzt p, die Trefferwahrscheinlichkeit. Damit ist gemeint, zum Beispiel bei einer Münze, die Wahrscheinlichkeit für Kopf beträgt 1 halb, beim Würfel, die Wahrscheinlichkeit für die Augenzahl 3 beträgt 1 Sechstel und so weiter. Was noch Besonderes hier auftaucht, sind die sogenannten Binomialkoeffizienten, n über k. Wenn man an dieser Stelle Schwierigkeiten hat, sie rechnerlich zu bestimmen, würde ich das Tutorial, das Video empfehlen, wo ich die Binomialkoeffizienten ein bisschen näher betrachte. In unserem ersten Beispiel wollen wir uns anschauen, wie man die Bernoulli-Formel selbst aufstellt, anhand einer Aufgabenstellung, bzw. wie man sie zusammenfassen kann oder berechnen kann. Zum Beispiel, von einer großen Lieferung Orangen sind 10% verdorben. Es wird eine Stichprobe von 6 Stück entnommen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass in der Stichprobe genau eine Orange verdorben ist? Anhand der Aufgabenstellung kann man schon mal die wichtigsten Parameter erkennen. Und zwar, wir können erkennen, dass n 6 ist, p ist dann entsprechend die Drehwahrscheinlichkeit, dass die Orangen verdorben sind, 0,1 oder 10%. Und k, genau eine Orange soll verdorben sein, k ist 1. Damit wir uns besser erinnern können, wo wir einsetzen müssen, habe ich oben rechts noch die Formel abgebildet. Also, anhand der Formel können wir dann sagen, p von x gleich 1 sind dann gleich 6 über 1 mal 0,1 hoch 1 mal 1 minus 0,1 sind natürlich 0,9 hoch 6 minus 1 sind 5. Wir fassen die Formel nur so weit wie möglich zusammen. Also, 6 über 1 war ja ein Sonderfall bei den binomialen Koeffizienten, war 6. 0,1 hoch 1 ist 0,1, also haben wir 6 mal 0,1 sind 0,6 mal 0,9 hoch 5. Wenn man keinen Taschenrechner zur Verfügung hat, ist das alles, was man für diese Formel machen kann. Bei der zweiten Beispielaufgabe suchen wir die Wahrscheinlichkeit, so dass alle Orangen in Ordnung sind. Da gibt es zwei mögliche Lösungswege. entweder man bezieht sich auf die verdorbenen Orangen. Das bedeutet, wenn alle in Ordnung sind, bedeutet, wir haben 0 Verdorbene. Also, n ist gleich 6. p für verdorben ist 0,1 und k gleich 0. Eingesetzt in der Formel sieht das Ganze dann so aus. p von x gleich 0 ist gleich 6 über 0 mal 0,1 hoch 0 mal 0,9 hoch 6. So, an dieser Stelle können wir noch ein bisschen zusammenfassen. 6 über 0 war 1. 0,1 hoch 0 ist ebenfalls 1. Also, bleiben nur noch übrig 0,9 hoch 6. Alternativ können wir auch eine Binomialverteilung definieren mit n gleich 6. Und wenn wir uns jetzt auf die Orangen beziehen, die in Ordnung sind, können wir auch als Trefferwahrscheinlichkeit 0,9 nehmen. Also, kurz gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Orangen in Ordnung sind. Wenn jetzt alle in Ordnung sind, natürlich ist die Trefferzahl dann 6. Eingesetzt in die Bernoulli. Die Formel lautet das Ganze so. 6 über 6 mal 0,9 hoch 6 mal 0,1 hoch 0. 6 über 6 sind wieder 1. 0,1 hoch 0 ist ebenfalls 1. Somit kriegen wir natürlich das gleiche Ergebnis wie mit dem Alternativlösungsweg links. Und zwar 0,9 hoch 6. In unserer letzten Aufgabenstellung wollen wir die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass mindestens 5 Orangen in Ordnung sind. Auch hier hätten wir mehrere Lösungsmöglichkeiten. Ich entscheide mich jetzt für ein Bernoulli-Experiment mit n gleich 6, p gleich 0,9. Also, ich beziehe mich jetzt auf die Anzahl der Orangenen, die in Ordnung sind. Und natürlich, k soll mindestens 5 sein. Mathematisch sieht das Ganze so aus. p von x größer gleich 5. Und wir erkennen ganz leicht, die Bernoulli-Formel hilft uns jetzt nur bedingt. In welcher Hinsicht? Wir müssen das zerlegen in mehrere Bernoulli-Formel. Mindestens 5 bedeutet, p von x gleich 5 oder p von x gleich 6 kommt für uns in Frage. Wir setzen dann in diese Formel ein und haben dann 6 über 5 mal 0,9 hoch 5 mal 0,1 hoch 1 plus 6 über 6 mal 0,9 hoch 6 mal 0,1 hoch 0 Nach dem Zusammenfassen ergibt sich dann 6 mal 0,1 sind 0,6 mal 0,9 hoch 5 plus 6 über 6 sind wieder 1 mal 0,1 hoch 0 ist 1 also bleiben blind nur noch 0,9 hoch 6 und das war's. In unserem zweiten Beispiel geht es darum, die Bernoulli-Formel richtig zu erkennen und anhand einer Aufgabenstellung zu interpretieren. Wir haben die gleiche Aufgabenstellung wie oben in unserem ersten Beispiel. Also, bei dieser großen Lieferung von Orangen sind immer noch 10% verdorben und es wird eine Stichprobe von 6 Stück entnommen. Wir sollen erklären, welche Bedeutung in diesem Zusammenhang folgende Rechnung haben. Bei der linken Formel. Ganz gut erkenbar. Es handelt sich um eine Bernoulli-Formel mit n über k, also 6 über 2 in diesem Fall, gefolgt von 0,1 hoch 2. Dieser 0,1 sagt uns dann, dass es sich um die verdorbenen Orangen handelt. Also, in diesem Fall berechnen wir die Wahrscheinlichkeit, dass genau 2 von den 6 Orangen verdorben sind. Also, ich schreibe abgekürzt da unten, 2 sind verdorben. Gut, bei der zweiten Formel haben wir 6 über 4 mal 0,9 hoch 4. Die 0,9 sagt uns, dass es sich um die Orangen handelt, die in Ordnung sind. Also, diese Formel berechnet die Wahrscheinlichkeit, dass genau 4 von den 6 Orangen in Ordnung sind. Also, abgekürzt 4 sind okay. Bei der letzten Formel sollten wir auf Anhieber kennen, dass es sich um ein Gegeneigenes handelt, wegen dieser 1- vorne. Und zwar in diesem Fall ziehen wir von der Gesamtwahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit ab, dass alle 6 Orangen verdorben sind. Kurz gesagt, berechnet diese Formel die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eine Orange in Ordnung ist. Also, abgekürzt mindestens eine ist okay. Bei der zweiten Teilaufgabe haben wir eine zusammengesetzte Formel. Wenn man sie genauer anschaut, dann merkt man sehr leicht, sie besteht aus drei verschiedenen Termen. Das bedeutet, dass der erste, das ist der zweite und hinten steht der dritte. Zu dem ersten Teil, gut erkennbar, die Bernoulli-Formel. Wir haben 6 über 4 mal 0,1 auf 4. Also, es geht wieder um die verdorbenen Orangen und die Formel berechnet die Wahrscheinlichkeit, dass genau 4 von dem 6 verdorben sind. Also, schreibe ich hier kurz unten. 4 sind verdorben. So, in der zweiten Formel, wenn man die Trefferwahrscheinlichkeit anschaut, also 0,1 auf 5, dann sollte man auf die Idee kommen, dass hier vorne 6 über 5 steht, was zusammengefasst natürlich 6 ergibt. Daher nur die 6 vorne. Also berechnet diese Formel die Wahrscheinlichkeit, dass genau 5 von dem 6 Orangen verdorben sind. Also, 5 sind verdorben in diesem Fall. Und bei den letzten Termen kann man, glaube ich, auch ganz gut erkennen, es geht um die verdorbenen Orangen. Genau 6 sollen verdorben sein. Also, wenn man das Ganze jetzt verallgemeinend für den ganzen Ausdruck schreiben möchte, dann heißt es, dass diese Formel die Wahrscheinlichkeit ausrechnet, dass mindestens 4 von den 6 Orangen verdorben sind. Also, für den ganzen Ausdruck gilt dann, mindestens 4 sind verdorben. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Dieses Thema hängt leider mit vielen anderen kleinen Themen zusammen. Deshalb ist es von vornherein sehr wichtig, dass man Verständnis für die Berechnung der Binomialkoeffizienten mitbringt. Zweitens, es ist auch wichtig, dass man sich noch das Tutorial über die Bernoulli-Experimente in Verbindung mit dem Erwartungswert von Binomialverteilung anschaut. Und nicht zuletzt gibt es viele weiterführende Aufgaben mit den wissenschaftlichen Taschenrechnern, wo man die Komplexität dieser Fälle auf jeden Fall erhöhen kann. Also, ich habe das Gefühl, wir sind hier in für 4 Stunden. Bu